Wenn sich eines Tages eine Taube auf einem Fenstermark setzt, dann willst du wissen, dass ich das bin, die Taube La Paloma, die zurückgeflogen ist, um dich zu besuchen. Die Taube Und da, Javier. Sie werden dir nicht glauben. Er war so klein. So klein. Er ging an dem Ohr vom Essel von Bako. Wir konnten das nicht glauben. Wir haben gesehen, ein kleiner Mann ging an dem Essel von Bako. Wir haben wirklich glauben können. Und nun, Carla hat ihn dann genommen, ganz vorsichtig, vorsichtig und in ihr Dekollete getan. Und dann hat sie vorsichtig, haben wir vorsichtig mit nach Hause genommen und dann hat sie ihn dann ausgepackt. Und dann lag er dazu da auf dem Tisch. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Wir haben angefangen zu loben, zu loben und zu loben. Und er fing an zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen. Und er bekam diese wunderschönen Brusthalle. Wir haben dann immer ganz viel mit Ode Cologne und er trüften auch so. Fernando! Musik 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 Und am Abend träumen Sie, so wie wir alle träumen. Und Fernando zum Beispiel hat immer davon geträumt, so einen schönen Schnurrberg zu haben. Und dann haben wir ihn so gelohnt und jetzt hat er so einen schönen Schnurrberg. Und Carla, Carla wollte immer mit uns zusammen mal in St. Pauli Theater auftreten. Und heute Abend, ich freue mich, so sie ist heute Abend da. Und ich bin schon aufgetreten in Buenos Aires, in Kolon, in Teatro Kolonien, in der Metropolitain in Operava. Und ich freue mich auf die Rote der Terne von St. Pauli und dieses wunderschöne Theater. Und es ist gut, wenn wir träumen haben und ich alle träumen in der Filung gehen, weil sonst haben wir keine Träumen mehr. Und am Abend träumen Sie, von St. Pauli, von St. Pauli, von St. Pauli, von St. Pauli. Wir spielen jetzt ein Mamo. Mamo, no? Mamo, no? Hey Mambo, no more Mozzarella, hey Mambo, Mambo, Italia. Shake it, baby, shake it, cause I love it when you take a minute. Hey Mambo, baby, shake it, baby. And now go out to the bar and drink something, because our aunt Conchita always said that life is not good or bad. Life gives you back what you give to him, so give your life something good, drink something, and you can't live like we, cinema, never forget. Good night! Thank you!